Hi Leute, willkommen zum nächsten Foto-Battle. In dieser Runde sind wir in der WG von Mercedes auf ganz engen Raum, eine neue Challenge an uns. Was wir daraus machen, keine Ahnung, wir sehen uns gleich, ciao. Ja Leute, wir fangen jetzt an bei gefühlten 35 Grad hier in der Wohnung. Bevor es losgeht, wir fotografieren heute hier mit dem 50mm 1.8. Sowohl ich als auch Pascal und Olli. Und dein Handy sagt dir schon deine Message da, du kannst von mir aus den Timer setzen, Pascal. Na dann, viel Spaß. Okay, dann mach mal hier Platz bitte. So, Mercedes. Übrigens neues, cooles Ausdruck, die Zeit nehme ich mir, wir müssen jetzt schnell machen. Ich mach mal kurz den Stuhl weg. So, wir nutzen das Fensterlicht und ich glaube, das sieht mega cool aus, wenn wir die Tür einfach mal zumachen und du dich mal hier so reinstellst. Bam. Gewonnen. Alles cool, das sieht super aus. Auch mega cooles Outfit, Strickpulli geht immer. Ist es warm? Okay. Guck mal zu mir. Genau, super. Guck mal, wenn du wegguckst von der Kamera, eher nach draußen. Eher so zum Licht, ja genau. Mal die Haare noch mal so runter machen und dann, genau, vielleicht. So, dann versuchen wir mal hier, weil ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich sehe, dass von hier, dass von da so ein bisschen Licht kommt. Stell dich mal hier dran. Das ist super, ne? Das ist alles von deiner Zeit abgezogen, ne? Ne. Guck mal, stell dich mal hier hin. Ja, hier hin. Stopp. Mal guck nach da. Mal ein bisschen zurück nach da. Ganz ein bisschen Stopp. Ja, super. Ja, super. Sehr cool. Okay. Einmal letzte Location hier in der Location. Genau, wir versuchen es einfach mal direkt, wenn du dich auf den Boden setzt. Genau, Beine ruhig so nach da. Genau. Oder, ja, alles cool. Wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Guck mal, wie geil das ist. 1,42. 1,42? Ja, da hat er noch genug Zeit. Hier, die Hand ruhig zu dir nehmen. Ist warm, ne? Ja. Gut, dass ich anfange. Gut, dass ich anfange. Ja, super. Das sieht richtig gut aus. Ich erlöse dich mal. Ich habe bestimmt ein gutes Bild. Hörst du auch? Ja. So, meine lieben Polex Brothers. Eure 5 Minuten in dieser engen Wohnung laufen jetzt. Viel Spaß. Okay, dann direkt mal mitkommeln. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020